Moin zusammen mit am Start mit South Park, The Stick of Truth. Ja, das letzte Mal in der Kanalisation und zurückgekehrt von diesen tollen Abenteuern, von unserem schönen Trip hier. Ah, das ist ne Zeit... Ich hände, das muss oder was? Okay... So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mein Handy gerade gehört habt, oder nicht? Ah! Ja! Genial! Kenny ist auch wieder da. Ich muss das mal mit Kenny mit diesen Einhorn üben. Mach ich jetzt mehrmals, weil ich hab die Attacke noch nie gemacht. Ich hab auch noch nie oft Kenny genommen. Muss man nebenbei noch sagen. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ja, klar. Dass das so ein Penner ist, ist doch klar. Kommt noch ne Ratte mit dazu? So. So, fackeln wir den erstmal schön an. Oder, oder? Warte mal. Jawoll! Ist das geil! Tönt mal... Erstmal die Ratte. Fähigkeiten sind verringert, Leiter. Ähm... Das lässt uns aber nicht dran hindern. Hey! Was kann ich tun? Fünf wird zu schaden. Das ist auf jeden Fall geil, dass das mal wieder richtig schaden macht. Das freut mich. Oh, komm mal! Wollt ihr auf, oder? Bisslige Wut? Ja! Mist, gar nichts abgeladen. Das war jetzt grad sehr schwach mit mir. Das ist nicht schön. Das macht nicht viel Damage. Das macht überhaupt nicht viel Damage. Nimm dir erstmal... Gönn dir erstmal einen schönen kleinen Trank. Was pinkes sogar. Einen Zucker. So. Können wir das jetzt auch erstmal gemacht. Können die Fähigkeiten. So. Jetzt passen wir auf. Ich glaub es als erstes, oder? Fuck! Mann! Lass ihn auf! Oh, komm mal! Oh! Oh! Ich muss das noch herausfinden, wie das geht. Es ist gerade... ...zum kotzen. Muss man jetzt mal... ...zu divers sagen. Ist einfach so. Es ist grad wirklich zum kotzen. ...zum kotzen. Jetzt bin ich jetzt... Warte mal. Hier war auch noch was. Jetzt kann ich hier lang. Was ist es hier jetzt? Okay. Ich... Ich... ...neue Nachricht von Stan? Ne, nicht von Stan. Hey, ich habe versucht dir einen Link zu einem Video von einem Häschen... ...das mit einer Katze zu spät zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest es später suchen. Ja, ich suche es mal. Ich gucke mal. Aber... Aber... Aber anscheinend gehe ich gerade weiter in die Kanalisation... ...und ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Alter! Gibt es hier nur mutierte Scheiße, oder was? Guck mal das große Vieh an. So, zwei Viecher weg. Schon mal richtig geil. So, dann ist das Vieh auch schon fast weg. Loll. Alter, ist das krass, ey, diese Kumbo-Attacke, ey. So, dann muss das... Oh, das war noch auf der Platz. Jawoll. So, dann greifen wir mit unserer... ...Aion-Sonde an. Da würde ich mal sagen, da haben wir das auch noch mal geschafft. K! Nice. lassen sie mich in ruhe ich habe gesehen ist da mal jetzt ist es krass gegen was für viele viecher hier kämpfen es ist da haben wir eigentlich wenches sind aber viel noch mit ankäuft weil das ist die hintere federmaus auch dauernd weil die sind wirklich keine gegner das ist wirklich keine gegner das war eine unverschämtheit eigentlich dass sie gegen uns angetreten haben das war eine unverschämtheit eigentlich dass sie gegen uns angetreten haben ich will den code gar nicht aufheben ne ich würde es gar nicht anfassen aber da geht es anscheinend hoch und was sind wir denn jetzt bitte schön sind es von da von krass aus ja das sind noch das sind noch gegner muss man ehrlich sagen was schwach ich sehe dass es schwach ist mein freund jetzt müssen wir den natürlich nicht haben oder jawohl verpüße dich mein freund oh es ist mir doch egal wie viele unfälle hier sind ich brauche ein bisschen was brauche ich ein bisschen kaffee ich glaube ich kriege auch gleich noch einen kaffee willkommen zu meinem kaffee shop danke für die tweak in der drüge warte ja ich muss jetzt kaffee kaufen 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 und weg und es ist Hey, da ist er! Neue Kind! Neue Kind! Der Elf-King hat eure Präsenz gefordert. Warte mal, ich war ohne dich an diesen Punkt zu kommen. Kämpfen! Es gibt keinen Weg, dass du gewinnen kannst und wir kämpfen, das ist ein totaler Wettbewerb. Bist du sicher, dass du kämpfst? Okay, lass uns das mitmachen. Warte mal! Komm schon! Junge, Alter! Natürlich! Gut, die sind sofort! Alter Schwede! Wie greifst du da an? Wen greifst du an? Wen greifst du an? Wen greifst du an? Das ist schon mal weg. Die Rüstung von ihnen ist auch weg. Nehmen wir erst mal einen kleinen Trank. Das ist schon mal weg. Die Rüstung von ihnen ist auch weg. Und? Auch wenn sie ein Gräser haben, kann ich meinen Bekleider wechseln? Das tut mir leid, aber... Wie? Ah, die hat wiedergelebt! Setze meine Paule! Was muss ich denn machen? Alter, was ging da ab gerade? Alter Habe ich das gerade richtig miterlebt, dass er... Alter Schwede, Alter Ich komme gerade nicht drauf klar, dass er es wirklich gemacht hat Ey, ist das geil, einfach nur Oh nein, zu früh, oh mann, Alter Mist, ich blude, wie lange brauchte der noch mit diesen Verlangsam Angriff erhöht um zwei, klasse Eile Ich muss dem Debuff aus mir wegbekommen Ja, machen ruhig, äh, wisst du Debuff weg, das ist schon mal geil Okay Was machen wir denn jetzt nächstes? Ich greife jetzt nochmal hier an Vergesst das die ganze Zeit, dass der Reflektion anhat, ey Das ist was du bekommst Jetzt muss ich mit hinlaufen, oder was? Klasse Ich glaube, das war Sinn des Spiels, jetzt glaube ich nicht geschafft Ich weiß nicht, jetzt glaube ich nicht geschafft Oh Untertitelung im Auftrag des ZDF, Das ist auch an deinem Bezug! Was macht das jetzt überhaupt? Oh, was ist das denn? Frostrichter haut eine Reihe von Feinden mit einem Frostangriff um. Der vorteilhafte Status-Effekt entfernt verlangsamen Feinde von perfekten Durchführungen. Ja, dann probieren wir das einfach mal aus. Kann ich nicht nehmen, oder was? Achso, hast du ab Level 9. Okay. Er schafft nach der Anwendung ein Schild um dich, der nach... Oh, Alter, ist das geil. Was ist noch das? Verlängert die Dauer der Betäubung. Schmelzieren die Rüstung weg, ist auch geil. Das muss ich mir ehrlich sagen. Das ist wirklich geil. Okay, hier haben wir nichts Home. Okay, finde neue Verbündete. Jetzt sind wir hier. Okay. Ach, Timmy, äh ne, der... Achso, das ist der... Das ist der Barde. Ich lasse nicht Carmen euch nutzen. Alles ist verloren. Meine Kontakte, meine Kampagne, meine Freunde-Liste, all getrennt von mir aus dem Shiogre. Sie hat keine Seel. Du wirst mir helfen, die Shiogre zu kämpfen und mein iPhone zu verdienen? Vielleicht bist du einer, der sich vertraut. Sehr gut. Lasst uns das Ende. Klausel. Jungsbaffen? Niemand Alliher des Elfkings ist ein Alliher von mir. Und mein Shop ist für dich ört. Danke! Geh zu Stan. Alter! Was ist das für ein Scheiß hier? Ich bin ehrlich. Geh zu Stan. Nehmt meine Hilfe mit nichts? Nehmt meine Hilfe mit nichts? Keine Hilfe mit nichts? Du weißt, was jeder gute Bote haben sollte? Eine Flute! Wenn ich eine Flute hatte, könnte ich eine fantastische Melodie spielen. Wenn ich nur eine Flute hatte... Mein Facebook sagt, der Rancher könnte einen verkaufen. Du weißt, wo der Rancher ist? Ich würde gerne sehen, ob ich diese Flute kaufen könnte. Unser König kann dir vertrauen, aber das bedeutet nicht, dass ich es muss. Die Menschen haben Bannern rund um die Stadt, um das Elfkings-Territory für ihre eigene. So sagt die Welle von InSight. Plus, es ist alles über Twitter. Die Welle sagt, die Bannern kann nur ein gewissermaßen sein, um ihre Bannern aufzunehmen. Was ich jetzt alles für neue Missionen bekomme hier. Leute, die ganzen neuen Missionen werden wir das nächste Mal uns anschauen. Alter, ihr seht gerade, was ich hier alles habe für viele Missionen. Ihr könnt euch das mal anschauen. Jetzt Quest ohne Ende. Das muss ich noch machen. Das Obdachlosenproblem, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das Verstechspiel fehlt mir noch ein Kind magischer Musik. Das ist einfach... Wir haben so viele Missionen jetzt gerade. Das wird richtig spaßig werden. Da, kehre zu Elgerl zurück und gib ihnen die Defederator-Daten, die du gesammelt hast. Okay. Da werden wir dann zu ihm mal wieder runter gehen. Und ihn finden. Und... Keep out. Was ist hier so? Die kann ich leider nicht rein. Ich kann aber hier hoch, oder? Ich kann aber hier hoch, oder? Ich kann doch mit den oben sprechen. So, dann werden wir höchstwahrscheinlich... Die werden wir uns höchstwahrscheinlich mal mit den anderen unterhalten. Elfenkingdom. Sieht auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen. Geiler als Backupman. So, und hier oben locken wir uns auch aus. Wir sehen uns bei der nächsten Folge bei Softpakt des Dick of Truth. Auf mit euren Hütte und Tschaußen!